Okay, mal sehen, ob ich das doch irgendwie schaffe. Oh man, oh man. Noch Hitzeitrechten, okay. Versuchen wir unser Glück noch einmal. Erstmal bringen wir den um. Das haben wir jetzt gesehen. Ich glaube, das könnte ich sogar mal speichern. Auf dem hier. Ja, ich habe hier auch keine Wahl, das zu warten. Ich bringe den schon mal um, dann habe ich jetzt nämlich schon mal. Ach, der ist noch am Leben, oder? Ach, ne, der stirbt in der Luft. Okay, ich verstehe. Ähm. Ja. Ich würde die gerne alle noch umbringen. Und den. Und dann noch zurück. Wenn die nämlich jetzt tot sind, dann habe ich es jetzt gleich viel leichter. Äh, das speichere ich unter dem. Da ist ein Rainer. Boah, das speichere ich jetzt nicht. Wenn das ein bisschen schneller wäre, dann wäre das viel besser. Dann hätte ich da nämlich die Chance, noch alle umzubringen, bevor ich sterbe. Und das Dumme ist, dass gerade ausgerechnet dieser Typ da überlebt. Wenn er mich hier nicht trifft, das ist ja perfekt. Ich treffe ihn nämlich. Geil. Ha, wie geil. Also so gefällt mir das. Ich höre irgendwie jemanden kommen. Irgendjemanden trampeln, oder ist das noch von der Musik? Oder ist das mein Schuss? Er ist tot. So leicht habe ich noch nie eine Musik von denen. Das ist cool. Das macht sich richtig Spaß. Wie viele sind jetzt inzwischen tot? 56. Also ungefähr noch 22. Was heißt ungefähr? Noch 22. Treffe ich maximal. Denn ich treffe ihn schon unbedingt alle. Sie war Zelda. Jetzt macht mir das Ganze erst richtig Spaß. So, jetzt bin ich hier ein bisschen voll. War ich hier schon? Ach, hier kommen... Ah, dumm. Jetzt muss ich warten auf das Teil. Aber ich wollte mir diese Heilung jetzt nicht entgehen lassen. Ah! Ihr verarscht mich doch. Scheiße! Fuck it! Ich wusste nicht, dass ich so verarscht werde gerade. Das war unglücklich, der Speise stand. Vielleicht kann ich dafür hier... ...das noch ein bisschen besser machen. Ich treffe ihn halt nicht mal optimal, aber trotzdem treffe ich ihn. Irgendwann wird er wieder sterben. Haben wir schon gesehen, wie das geht. So nehme ich. Ob das jetzt besser war als vorher? Keine Ahnung. Kann ich jedenfalls nicht ändern. Da oben ist noch was. Aber ich wollte schon jetzt... ...nicht runterfallen, bitte. So. Es geht jetzt erst... Ah! Das war nicht mein Fehler. Es geht erst zurück. Warum geht es überhaupt hin und her? Obwohl ich noch nicht neu den Schalter gedrückt habe. Das ist dumm. Richtig unfair, dass es dann nochmal hier stehen bleibt. Ja, oh man. Was macht das denn jetzt? Ach, das geht gar nicht von hier her. Von hier geht's gar nicht los. Das ist ja kacke. Das ist also so ein Kreislauf. Jetzt muss ich mich hier runterstürzen. Hier war ich doch schon, oder? Nein! Da ist auch der... ...die Tür. Wirklich für den goldenen Schlüssel, den ich schon hab. Wo sind die jetzt hin? Da, die denken, die können durch Wände fliegen. So toll seid ihr dann doch nicht. Aber ihr könnt schon schießen. Ich glaub, die kamen sogar im ersten Level schon vor. Also vor denen hab ich keine Angst. Also im allerallerersten Level. So, ich glaub, die sind tot. Ach, der silberne Key. Jetzt gibt's auch noch silberne Keys. Du Scheiße, wo bin ich hier gelandet? Eigentlich wollte ich nochmal zurück Heilung holen, aber... Na gut, okay, das ist nur, wenn man runterfällt wahrscheinlich. Hier sind schon alle tot. Ach ja, ich weiß, wo ich bin. Mir fehlt trotzdem noch der silberne Schlüssel. Soll ich mich einfach hier runterstürzen? Will ich nicht. Nö, eigentlich nicht. Aber hier geht's ja nicht zurück. Ich wollte mich doch verarschen. Ich will da zurück. Aber das Teil geht hier nur... ...nach unten und dann ist es weg. Ja gut. Dumme Mechanik. Ähm, ich muss hier runter. Und wenn das mal nicht ein Keimgang ist. Wo, wo, wo? Ich hab nichts gesehen, weil Zelda sieht man dann, wo der Keimgang ist. Dann kommt die, 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 die. Und dann sieht man... Ach, dann war das hier doch ein Keimgang, ne? Ajo. Aber gut, das ist das andere. Dumm. Das war nicht das, was ich jetzt freigeschaltet hab. Hm. Und das kann ich wohl lange suchen. Oder ist es das... Vielleicht ist es das? Ne, natürlich nicht. Das ist nur... Hier ist bestimmt jetzt hier nur eine Kei drin. Wo muss ich denn entlang? Ich weiß wieder nicht, wo ich bin hin. Ich weiß, ob das schon mal hier war. Ah, ich glaube, hier bin ich richtig... War ich da schon da früher drin? Ah, könntest du ja am Geruch merken. Das hab ich irgendwie vergessen. Warum auch immer. Da war eine Secret Area. Und hier war ich auf jeden Fall. Übelst groß, dieses Level. Ach, ich bin schon voll aufgeladen. Cool. Auf jeden Fall bin ich hier richtig. Denn hier war es. Ja. Jetzt kann ich endlich wieder... ...da rüber. Ah! Ah. Ich hab Angst bekommen. Ich dachte, der lebt wieder. Der auch. Was ist das? Die kleben mal da entweder oben dran. Ah, gut. Der Logik halber sagen immer, sie kleben da oben dran. Soll ich hier rein oder geht's da noch weiter? Ach nein, da hab ich ja die ganze Zeit gestanden und nicht rübergekommen. Dann bin ich hier richtig... Da ist er! Da ist er ja! Geht von... Ja! Wollt ihr mich jetzt verarschen? Fuck it! Wo ging's denn jetzt nochmal lang? Hier. Ah! Ich dreh durch. Ich dreh sowas von durch. BELEN! Aber ich weiß genau, wenn ich zu schnell mach, dann fliege ich wieder runter und tu mir weh. Upsi. Wie eben gerade. Jetzt will ich aber doch gucken, ob hier vielleicht noch ein Sequel ist. Irgendwas ist ja auch aufgegangen, als ich den Schalter eben abgeschossen hab. Aber leider nicht die Gitterstäbe beim Yeti. Ähm, hier war das. So. Knöpfchen. Muss ich denn überhaupt mal drücken? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte gleich... ...die Plattform kommen. Ah, da ist er. Super. Sicherheitshalber speicher ich jetzt hier. Und ich habe 60 von 78 getötet. Also ich glaube, auf Gegner kommt es nicht mehr so groß an, außer auf den Ausgängen dann, der wird bestimmt wieder bewacht. Es geht wohl eher darum, jetzt Rätsel zu lösen. Wie komme ich an diesen Seelandschlüssel? Und wo ist der Ausgang? Ach, den Ausgang, den habe ich schon gefunden. Ah, da gehen die Gitterstäbe runter und da kommen auch vielleicht Gegner da durch, wahrscheinlich. Höh? 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 Vielleicht konnte er ja gar nicht durch die Gitterstäbe schießen. Er weiß das schon. Wo waren jetzt eigentlich... Soll ich mich in die Prühe wagen? Die bringt mich doch um. Nee, das ist nicht sehr klug. Ah, aber vielleicht sollte ich es doch riskieren. Wer kommt mir auf die dumme Idee und macht das? Der, der... So dumm ist, dass er schon wieder klug ist. Na gut. Ich glaube, ich kann es so riskieren. Und ich weiß auch nicht, ob mir das was bringt. Ich speichere mal hier extra nochmal. Ich komme hier auch nicht mehr hoch. Komm. Hier. Hoch. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Vielleicht mal hier runter. Hier gibt es ja sicherlich noch Secrets. Hä? Werde ich schon wieder kaputt gemacht? Was ist das? Höh? Cool. Weiß nicht was, aber irgendwas Geiles. Das ist die geile Waffe halt, glaube ich, gewesen. Wo alles zerstört wird. Ja gut, aber hier gibt es sonst nichts. Also was bringt mir das? Nein, gar nichts. Ich sterbe nur. Und ich mag diesen Typ nicht so schreien. Das jagt mir einen eisernen Schauer über den Rücken. Moment. Sollte ich dann vielleicht... Ja gut, ich lasse es jetzt mal, die Secret geholt zu haben. Jetzt ist nur die Frage... Ah ja. Da bleibst du stehen. Danke. Und bringe mich zurück. Vielleicht gibt es ja jetzt noch irgendwie einen Boss. Aber ein paar Leute bewachen ja noch den Ausgang wahrscheinlich. Hey. Ja gut. Ja gut, jetzt ist es eh weg. Aber ich habe ja noch ein bisschen Rüstung bekommen dadurch jetzt. Die ist bestimmt auch ganz hilfreich. Hier ist es. Okay, da werden noch einige warten. Denke ich mir mal. So, ich bin bereit. Kommt her. Ich war einfach so offensichtlich. Noch ein paar von diesen Rittern. Die ein Feuer machen. Um es mal eindeutig zu sagen. Ah! 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 Ich bin auf Verluste. Doppelläufige Gun. Meinetwegen. Da aufmauere ich mich zu ärgern. So, da können ja maximal nur noch 14 Gegner bleiben. Ist ja fast nix. Aber auch nur fast. Sehr schön. Ja, das musste ich sogar machen. Ich wusste, hier kommen noch ein paar Rüstel. Ich habe irgendwie geahnt, dass es so ein Level ist. Wo man ein bisschen mehr denken muss und weniger dollern. Obwohl man auch hier ganz viel knallen muss. Entweder den Gegner oder sich selbst ins Gesicht. An die Stirn. An die Stirn. Ja, wunderbar habe ich das gemacht. Ich habe überhaupt nicht verschwendet. Ich habe auch noch ein bisschen was. Ja. Ah! Scheiße, ich hasse sie. Der gilt bestimmt jetzt für 12 Gegner, oder? Fuck it, fuck it. Der steht ja ganz friedlich da. Vielleicht sieht er mich gar nicht und ich kann einfach vorbei. Ah, witzig. Er hat Blut gerochen. Ja, komm, ich laber einfach durch. Ich habe genug Rüstung. Aber nicht so. Vielleicht sollte ich es wirklich versuchen. Ah, mit der hier. Einfach mal durchrennen. Ach, ich... The world opens elsewhere. Ja, wie? Voll den Arsch. Ah, wie wohl? Das war jetzt richtig... ...schlecht, wie ich den besiegt habe. Und... ...irgendwie muss ich da drauf schießen. Was ist, wenn man da keine Munition mehr hat? Hat man gelost. Würde ich mal meinen. Ups. Ich will nicht chatten oder sonst was. Zeit. Deswegen, die dachten sich, dass man dann irgendwo einen schlechten Waffen nimmt. Dann hat man gegen den da ein Problem. Und genau so ist es abgelaufen. Ja, und ich bringe mich immer selber um. Aber irgendwie habe ich gerade keinen Schaden genommen, glaube ich. Ha, ha, ha. Ho, ho. Hi, hi. Nur noch, nur noch elf. Nur noch elf. Oder? Nur noch elf? Ja, komm. Irgendwas muss da jetzt passieren. Ach, ich muss drangehen. Ich verstehe auch nicht den Unterschied zwischen Schaltung, wo man drangehen muss oder draufschießen. Auf jeden Fall brauche ich... Ja, gut, gut. Na, Distanz ist jetzt... Ach, du Scheiße. Geht mal da weg. Kommt mal her. Kommt mal hier rüber. Und jetzt schnell. Lasst mich bloß irgendwo. Safe. Und da, da. Und da waren sie. Ja, genau. Ah, die stehen da alle unter Schock. Weil die Anführer gestorben ist. Und jetzt sind da auch fast alle tot schon. Da ist der Ausgang übrigens. Wollte ich schon mal gesagt haben. Und einer fehlt. Nein, ich hab's alle. Ich hab's alle. Wow, wie geil. Drei... Fünf fehlen noch. Okay, aber das ist mir so scheißegal. Das ist bestimmt irgendwie so ein Zombie, der noch nicht gestorben ist. Also so ein Leberkranker. Ach, ich komm da noch gar nicht. Ich wusste es. Irgendwo ist noch ein Rätsel. Ja, gut. Drei Dinger. Das kennt man aus Zelda ganz gut. Das werde ich noch... Da kommen bestimmt nochmal Gegner. Mitte, rechts, links, oder? Das ist doch meistens so. Bei Zelda jedenfalls. Ah, ich wusste es. Das war immer so offensichtlich. Jetzt kann ich aber die restlichen Gegner nicht besiegen, denn die kommen jetzt nicht. Hm. Na gut, dann kann ich das auch nicht ändern. Auf jeden Fall hab ich's... ...geschafft. Oh yeah. Zwei von vier Secrets zusammen kann ich ganz gut leben. Fast alle getötet. Und das in relativ kurzer Zeit für meine Verhältnisse. Dann speichere ich hier... Ich kann nicht speichern. Ich muss das nächste Level kurz anstarten. Und jetzt aber schnell speichern. Nochmal hinter hier. Wir sehen, 61 Gegner. Nicht ganz so viel wie eben. Aber bestimmt nicht leichter. Mein Name ist Sam. Macht's gut.